Ich habe mich eben für den Heilboot entschieden, weil ich finde, der repräsentiert unsere Küche sehr gut. Zum einen ist es ein einfaches Grundprodukt, zum anderen ist es dann trotzdem irgendwie eine abgefahrene Mischung mit Kalamansi und Senf und roten Zwiebeln. Und dann darauf so einen scharf eingelegten Spitzkohl mit gepickeltem Chili noch dabei. Also das knallt richtig, das Gericht. Und es ist schön zum Essen, es macht Spaß. Und ich habe mir gedacht, okay, mit den ganzen Kollegen, da muss man schon ein bisschen was machen, was erstens die Küche repräsentiert und zweitens auch ein bisschen knallt. Und darum habe ich mich für das Gericht entschieden.